Ich trinke heute Tee wegen den ganzen Aufregungen. Ein bisschen besser. Grüntee beruhigt die Nerven. Das sagt meine Mama auch immer. Dafür bin ich heute im Serensky-Look mit dem T-Shirt. Ich habe leider kein braunes, muss ich mir noch kaufen. Aber es ist sicher die neue Mode für 2022. Das Immerses ist damit, ich kann mal die Aktienanalyse zuerst anschauen, ist mit einem Value-Ram von 84 günstig, wächst auch sehr gut, hat eine tiefe Sicherheit. Ich will auf das sicher noch eingehen. Mineral-Based Specialty Solution. Das ist wirklich grundlagend, grundlegende Grundmaterialien oder Rohmaterialien, Mining. Sie sind sogar committed zu den SPTI, unterwegs auch im Bereich CO2-Themen. Also ein sehr gut geführtes Unternehmen, finde ich eigentlich überzeugend. Wenn ich jetzt zurückgehe, oder was bei unserer Aktienanalyse herausgekommen ist, dass sie vom Hebel her sehr risikoreich finanziert sind. Das ist noch interessant. Das war früher nicht der Fall. Und wir haben die Daten vom 30. September. Das heißt, es ist relativ aktuell, was wir hier haben an Geschäftsberichtdaten. Etwas, was man immer machen kann, um die Risikosituation abzuklären, ist Reuters zu überprüfen. Und da schaue ich dann jeweils auf die Financials. Keymetrics heißt es. Und da gibt es einen Bereich Financial Strength. Und Long-Term Debt to Equity ist nicht, Interest Coverage ist nicht besonders schlecht. Total Debt to Total Equity. Okay, das ist ein Multiplikator. Das heißt, sie haben sehr viel, sehr viel Fremdfinanzierung. Aber ich würde von dem her schliessen, dass das Unternehmen extrem solid aufgestellt ist, guter Value ist und auch wächst. Und ich habe den Eindruck, wird jetzt noch viel stärker wachsen, weil genau diese Dinge auch benötigt werden. Das ist wirklich eine große Nachfrage. Das Unternehmen ist in Belgien. Was man noch anschauen könnte, ist die globale Verteilung, wo Sie Ihr Geschäftsmodell haben. Das ist in der Regel im Jahresbericht. Ich könnte hier die Präsentation herunterladen. Genau, dann sehen wir es alle. Und manchmal gibt es eine Aufteilung nach Regionen. Ah, hier ist eine spannende Aufteilung, wo die hineinliefern. Also bin ich ein sehr solides Unternehmen. Wächst alles wirklich positiv. Ihr habt es nicht gekannt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist wie unter dem Radar. Global Player. 24 Prozent kommt aus APAC, inklusive China. 48 Prozent aus Europa und Afrika und 28 Prozent auf Amerika. Also ich finde, das ist auch sehr, sehr ausgeglichen. Also für mich ist das ein wirklich spannendes Unternehmen in Mersis. Das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, zu kaufen. Und ein Wermutstropfen, das scheint etwas mit dem Sicherheitsrang nicht in Ordnung zu sein. Das muss ich abklären. Hier ist es so, dass die Firma hat Minen und verkauft diese Rohmaterialien in ganz viele verschiedene Branchen. Also das verstehe ich schon, was sie machen. Natürlich bin ich nicht der Experte für die Materialien. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es ganz viele verschiedene Materialien sind. Also was man dagegen sagen könnte, ist, dass man nicht versteht, wie sich die Zukunft von solchen Materialien entwickeln wird. Das ist in der Tat so. Aber Rohstoffe allgemein für mich ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es genügt zu wissen, dass es um Rohstoffe geht. Sich Unternehmen enorm Gedanken machen über Innovationen. Zum Beispiel habe ich gerade gestern gesprochen mit jemandem aus dem Zementbereich, der sich Sorgen macht, dass Zement ersetzt wird durch Plastik oder irgendeine Art von Kunststoff, der dann irgendwie umweltfreundlicher ist und gleichzeitig auch günstiger und bessere Eigenschaften hat. Das gleiche Thema habe ich gehört am Mittwoch. Das heißt, es waren gleich zwei verschiedene Unternehmen, wo mir jemand gesagt hat, bei Zement ist alles fragwürdig. Von dem her kann man dann im Prinzip zu jeder, also zu sehr vielen Branchen sagen, ich verstehe nicht, was da passiert, weil es gerade im Umbruch ist. Für mich ist das ein Mining-Unternehmen. Einverstanden, man könnte sagen, man darf nicht investieren, wenn man nicht versteht, was die Rohmaterialien sind, die hier gebraucht werden. Es kann ja durchaus sein, dass man das nicht mehr braucht, was hier, kann auch sein, dass man kein Grafit mehr braucht. Es ist wirklich denkbar, dass jedes Rohmaterial ersetzt wird durch ein anderes, grundsätzlich. Also für mich ist das ein zu hoher Anspruch. Also wenn ich dann nur noch dort investieren muss, wo ich die Branche ganz genau kenne, also dann kann ich ja eigentlich nur noch in Beratungsunternehmen investieren und das würde ich nicht. Also von dem her, nein, also muss ich sagen, für das mache ich eine Diversifikation. Für das gehe ich in verschiedene Mining-Unternehmen. Und mit verschiedenen Mining-Unternehmen habe ich dann auch die Möglichkeit, dass das Risiko weniger gross ist. Das ist jetzt für mich ein Fall, wo ich jetzt der Meinung bin, dass gerade die Obermatt-Ränge sehr gut funktionieren, weil sie geben mir Auskunft darüber, ob das Unternehmen für die Grösse, die es hat, günstig ist oder teuer. Es ist sehr günstig, es wächst aber trotzdem sehr gut und das erwarte ich auch. Das ist auch mein Szenario für die Zukunft, dass diese Mining-Firmen an Nachfrage zulegen werden, weil man vieles neu machen muss, weil viele alte Prozesse ersetzt oder alte Infrastruktur ersetzt werden muss durch neue. Wenn ich genau anschaue, was man eigentlich kriegt, dann kriegt man wirklich viel. Also auch eine gute Dividendenrendite. Also Sie bezahlen im Vergleich zum Marktkapitalisierung auch eine gute Dividende. Natürlich muss man auf Dividende Steuern bezahlen, das ist schon so. Aber wenn ich jetzt sage, ich suche etwas Solides in Europa, dann ist das echt ein Paradebeispiel. Vor allem, weil es seit kurzem auch wirklich gut wächst, das sieht man hier in diesem Abteil, Wachstumsteil. Also du kannst 2022 noch nicht anschauen, das ist die gleiche Zahl wie in der 2021, weil wir noch keine neuen Zahlen haben dort. Aber wenn du 2021 anschaust, was wir dort bereits feststellen konnten als Wachstum, ist das eine große Veränderung gegenüber 20 und 19. Das ist für mich wirklich eine spannende, also das ist für mich jetzt eine Firma, die würde ich jetzt vermutlich kaufen. Das Imeris, heisst sie, würde ich kaufen. Machstumsteil. Vielen Dank.